Hallo wieder zu Battlefield 4 Multiplayer, mit mir den Maru und weiterhin mit Applebaum, hallo. Hallo. Dann machen wir mal seine Wiper und gucken was da passiert. Oh, ich bin raus. Soll ich dich holen? Hab dir jetzt nicht getraut. Ne, das ist nicht meine Bombe. Ah, ja, ich seh's. Er ist mit drin, komm hoch, hoch, hoch. Ich zieh erstmal hoch und reparieren. Erstmal riechen wir mal weg. Rollst du A? Ja. Bitte uns in den Haufen. Kann man sich nicht ändern. Die werden ein bisschen höher, wir gucken nach ein paar Snipern. Ich habe den feindlichen Panzer hier gar nicht von denen. Schnell, 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 hoch, 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 hoch. Wir finden nur ein Panzer. Ok, äh. Secher ab, um kurz. Ah, das ist gefährlich. Ok, planten wir. Äh, die Bombe ist auf dem, äh, Drücke jetzt. Ich will mal, dass wir die Brücke sehen können. Du hast doch die Bombe, oder nicht? Ne, ne. Keiner hat die Bombe. Ja, warum hast du denn? Lass mir mal die APs. Lass mir mal die Viecher übrig. Mach du ja die, äh, die Blöden. Okay, Moment. Die Bombe ist unbeschützt. Die Bombe ist unter dem Panzer jetzt. Ausgestiegen, um die Bombe zu holen. Ah, Mann, du... Es ist grad geflogen, verdammt. Wo war ich oder nicht wie Tanke? Ähm, Flares. Ne, ok. Er war gut erwischt. Aber so schlecht war ich ja gar nicht. Mhm. Das scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Östlich deiner Position. Ähm, ja. Wenn wir nächstes Mal den Heli haben, dann können wir ja da, ähm... Hm, die ruft... Die wird wirklich die Lächer clean, meine ich ja auch. Dass die Sniper alle abkommt. Hinter dem Wolkenkratzer. Ja. Oh, die Bombe. Ups. RTG. Von da hinten, ist klar. Gut gemacht! Du hast die Bombe! Schalt jetzt das Ziel los! Ach, sch... Okay... Hm... Wo ist der steht da unten? Das heißt übrigens mir nichts, wenn ich dir helfe. Oh, die hoffen alle oben. Wo ist denn die Bombe da? Oh, 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 oh. Das sind viele. Noch mehr? Hm... Nimm die hier nicht. Ich glaub, da war noch einer. Ach, die Bombe, wo geht denn? Ah! Von vorne, von hinten, überall. Oh, die sind hinter der Wand gelandet. Rauch gute. Hm, muss ich mir merken. Ich hab die Viper, ich klee mal oben. Äh... Du bist leider schon voll. Hm... Schade. Äh... Über uns ist ein Heli. Alles auf die Straße rausgesprungen. Okay. Auf dem Ruf, du dobst, aber du musst ein paar Dash nehmen. Genau. Dobst. Okay, ich glaub, die sind alle down oben. Auf dem Dach, ja. Es sind dann mehr Dächer. Ja, alle. Autsch, 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 da hinten ist die Bombe. Ich geh mal ganz auf den höchsten Wolkenkratzer. Wenn alle Dächer abfliegen und die Leute abschießen, die ganzen Sniper. Aua. Du hast die Kontrolle über die Bombe, Soldat. Schalt jetzt das Ziel aus. Auf der Brücke liegen zwei. Von der Panzer. Ah, ich hab grad die Wetthöhe. Okay. Okay. Ah, da waren... ...Anti-Ehr... ...Dinge. Das war nicht nur die Viper. Die gegnerische. Ich bin Ritter! Uhuhu. So, weiter geht's. Ah, haben leider niemanden mit Ziel-Raketen. Ich weiß jetzt nicht mal von der Straße. Ah, Mist. Wie ich den nicht getroffen hab. Ah, ja. Auch da unten? Äh, zwei unten noch, ja. Mhm. Aha, der Admi-Kirk hat bei den Chinesen alle... Ah, bei uns die ganzen Sniper, weil sie zu viel Sniper spielen. So. Prob' mal jemand die Bombe. Ja. So. Muss man mit dem Tank kümmern. Ja, oben war der hier. Mhm. Warum ihr will nicht eigentlich das Flugzeug, da was da steht? Weil der Panzer steht, ja. Ja, der Panzer ist ein Problem. Oh, ich glaub' er hat mich gesehen. Oh ja. Oh ja. Ja, er hat dich gesehen. So, oder? Also mein... Mhm, oben drauf. Oh. Oh, da ist doch gar kein Spot, oder? Ne, ne. Aber davon aus kann er schön zu B fliegen, wenn wir alle hochrennen jetzt. Ja, da ist... Oh, sorry. Er ist gestorben oben. Das ist gut. Er kommt jetzt hinten rum zur B. So. Gleichschampf. Uuuh. Oh, die Bombe. Wo ist die? Oh, ne. Leider nicht auf Woll. Hä, hä, hä? Was geht ab? Komm, ich muss aber was treffen da haben wir noch. Oh, M.G. Okay. Ah! Ah! Das ist ein Deges Bond. Ich mach' jetzt noch was ziehen. Zwischen den Häusern. Da. Da sind wir kaum Anti-Bodentruppen. Oh, da ist die Vibe abgestürzt. Ja. Ja. Aha. Mit Angst, weil ich sie marktiere dauerhaft. Das würde sich hochfallen. Ja. Hast du mich? Ich hock sozusagen bei A bei denen. Übermiss'n Sniper. Da ist ein freundlicher Schlafschütze. Hörtlich deiner aktuellen Position. Nee, AA schwimmen? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Dann marktiere ich immer wieder. Vielleicht gar weg. Ach. Zu weit weg. Nee. Weil ich keine Ahnung, wo unsere AA und sonst was ist. Brauchen wir die jetzt ab. Sind die schon bei uns? Ja. Da hat Minen vorne drauf. Ich komm' da jetzt nicht so schnell hin. Nee, ich auch nicht. Aber unser Panzer ist dahinter. Unsere eigene AA ist ausgestiegen. Ich glaube bei der Map ist es am wichtigsten mit nem Flugzeug wegzufliegen. Der Heli. Der Heli. Der Heli musste die Bombe kriegen. Ja. Ja genau. Hatten wir ja schon fast hinkriegt. Das heißt ein feindliches Boot zu sein. Östlich deiner Position. Okay. Ähm, von oben? Ja. Ist aber nicht drinne. Hinter uns? Ähm, irgendwo da oben hockt einer. Ja, oben auf dem Haus. Ich versuche noch in den Pfarrstuhl nach oben zu kommen. Hier gibt es einen Pfarrstuhl? Auf allerweise gibt es einen Pfarrstuhl. Glaub ich. Hoffe ich. Ich versuche nach dem Pfarrstuhl. Mhm. Hier nicht. Südlich deiner aktuellen Position ist ein freundlicher Helikopter. Auch nicht. Ah, vielleicht da. Drinnen. Warte. Hier. Hier, hier. Ich hab ihn. Hat die jetzt vorne? Ja, ja. Ich hab ihn. Okay. Ähm, wo öffnet sich die Tür? Bei beiden? Oder? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ah. Wir sind schon oben hier. Noch höher. Ein Haus ist daneben. Welche Bombe? Ah, hinten an dem Panzer. Anscheinend ist zügig von dir ein feindlicher Helikopter. Anscheinend ist zügig von dir ein feindlicher Helikopter. Ja. Kann du gar nicht finden? Ja, da müssen wir auch noch irgendwie... Ich hab die Bombe. Wir können jetzt A legen. Ah, doch nicht. Wir sind erschossen, aber wir haben die Bombe. Äh. Immer noch bei A, glaub ich. Können wir da irgendwie spawnen? Ja. Ne. Jetzt nicht mehr. Ich bin tot, leider. Doch. Beim Panzer. Hm. So. Schade, der Feind hat sie ihn. Na, doch nicht. Die sind da drüben unten. Du musst jetzt so schnell rankommen, dass wir legen können. Warte auf, wir haben die. Ah, das war all. Der Kampf. Haben wir die Bombe gelegt? Das ist gut. Bist du? Ich bin tot. Achso, ich dachte sogar jetzt in den Viper. Ich geh in den Viper jetzt rein. Ich geh in den Viper. Ich geh in den Viper. Ich geh in den Viper. Dann gebombt. Party. Bus. Wollen wir mal auf das ganz hohe Gebäude da hinten? Da, wo die alle hacken? Da. Da. Macht irgendwie nicht genug Schaden, das Ding bei mir. Weißt du, was du meinst, ne? Ich hab mich rausgesprungen, um ihn zu töten. Hab ich es nicht geschafft. Jetzt. Fahr die langsam runter. Da. Achso, die stand bei uns in der Base Street. Ah, ah. Unser Argen Cloud? Ja. Okay. Nicht so gut. Soll ich wieder in den Fahrstuhl? Ja, wir können irgendwo das spawnen. Westlich von dir scheinen feindlicher Scharfschütze zu sein. Was ist der Bomben-Spot? Aber wovor stecken sie in den Fahrstuhl? Wenn es ihn einen gibt. Hier. Wo ist der Knopf zum hochfahren? Da. Wenn ich tot bin, dann spaw ich bei dir. Wir haben jetzt die Bombe. Dumm, dö, 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 dö. 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 Hast du ein bisschen wegspielen? So. Da ist einer. Noch bei dir. Ja. 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 Die Spiele-Dach ist leer. Warte, du blieb vorbei. Ja, ich bin da drin. Tromm. Bombe. Da unten. Oh, ich weiß, ich markier kann für euch. Panzer. Komm, komm, komm. Lass die Bombe. Oh, da hinten. Oh Gott, die pfeil A gleich. Steht abgestürzt. Der ist richtig, ich bin gegen das selber weiter der Kater. Oh Gott, hier ist noch einer runtergefallen. Oh, da kommt jemand wieder. Äh, irgendwo in unserem Haus drauf? Ja. Ne, ist schon weg. Ist schon weg. Und der Kanade geschmissen, so Feuerwerk-mäßig. Da kommen drei Panzer. Oh, ich kriege richtig einen Panzer. Oh ja, ich sehe drei Panzer. Das hat ziemlich gut aus, als wir da langgefahren sind. Ich fahr mal diese Dinger hoch. Pillar oder so. Ähm, von hinten. Von wo auch immer. Und du vom Panzer erschossen. Ja. Komm, wir haben unseren eigenen Panzer mal angefahren. Ja, ich komm rein. Ja. Leider das HMG, leider. Hätte ich so gerne. Was möchtest du gerne? Das Heavy-MG für den Panzer. Ach so. Weil man Autofeuer machen kann die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Wir müssen schnell bei allen, bevor die da sind. Jo. Boom. Ah, hinter uns ist ein Panzer. Ne, die Viper war das. Ah, okay. Da ist ein Zeuglicher Soldat. Wendlich seiner Position. Da ist ein Zeuglicher Soldat. Wendlich seiner Position. In einem Haus ist das auch noch drin. Haben die schon geplantet, ja, ne? Ja. Ah, Mist. Schnell, spawnen. Los, los, los. Ah, Mist. Ich hab's gefallen. Ich glaube, hätten sie... Oh mein Gott. Ne, wär der eine Typ nicht an der Seite noch gestanden, hätten wir ne Chance gehabt, aber... Ja, die haben diese Gitter da runter gefahren, leider. Ja. Ja, der hat ja durchgeschossen dann, aber... Ja. Da kann man nicht mehr ran. So, auf eine neue Bombe warten wir. Boah. Der hat mich auch gerade weggezogen. Hm. Da ist die Bombe. Ist das Fahrzeug, ja? Naja, hätte das Fahrzeug vielleicht gleich hin gehabt. Ach, ich bin ziemlich schnell. Wir kommen schon bei B. Wir haben nur einen Sniper auf dem Dach, der nichts macht. Können wir defusion? Ja. Nein. Schade. Wenn wir jetzt einen Squad, das quasi losrennt, werden unsere Leute alle da rum babbeln. Ich glaub, die haben von uns einen Panzer noch geklaut und alles. Wir haben überhaupt keine Kontrolle gerade. Über die Mitte und alles. Bereit halten zu befehlen. Es ist gesperr, versuchen die neue Bombe zu aufholen. Musst du auch laufen? Hm. Was ich auch noch gerne haben möchte, sind Jets, wo zwei Leute rein können. Wie damals? Die VW2, die Bombe. Ja, zum Beispiel. Wo ist jemand da? Ich hab dich. Noch nie Bombe, die wir vom geheimlichen Panzer, weil wir die Mitte überhaupt nicht kontrollieren können. Weil wir kein Heli haben. Wir haben keinen guten Heli-Piloten hier. Unser Anti-Air schickt kein Heli runter und unser Heli-Pilot macht Mist. Aufklärer auf dem Dach. Ja, wir haben kein Flugzeug. Wir haben keinen guten Heli-Piloten und unsere Anti-Air macht lieber gegen Bootziele. Deswegen haben wir keine Chance, weil wir einfach keine Kontrolle über die Map kriegen. Also gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch schwer mit der AA hier ein Flugzeug runter zu bringen. Wir wollten kratzen. Glaub ich. Oder? Da müssen wir sehen, wir haben immer Kontrolle auf unserer Seite. Oh, die hocken da alle bei uns. Na ja, klar. Jetzt haben sie komplett die ganze Map eingenommen, weil sie jetzt zwei Panzer von uns haben und Ja. Alles da sind. Ah, bringt uns jetzt dieser Heli da, ne? Dieser Heli. Ah, das schaffen wir leider nicht. Wir wollen jetzt noch aufhalten, aber wir kommen kaum was wegmachen, weil wir halt kaum Panzersoldaten haben. Mit One-Hit hat er mich ge... Egal. Ja, genau. Was machen die mit nem Heli da, ne? Landen den so, dass die geht in den Heli dann kriegen, zum schnell reinfliegen. Ja. Und jetzt ich, die geht in den Heli, in unseren Heli gegeben. Ja, die spielen mit uns. Hätten wir nen Panzer, dann wäre das schon gefährlich, das was Gagat macht. Wir haben jetzt halt... Kannst du irgendwas treffen? Ja, ja. Ist gut. So. Cool down. Okay, ich hol die Bombe und schieß weiter. Okay. Ne, das war ein Pionier, der da steht. Ja, und einer von unseres Gottes ist da weggeflogen. Okay. Wir müssen jetzt mit dem Flugzeug die Bombe abliefern. Ja, geht nicht. Warum fliegt der scheiß Heli weg? Weiß ich nicht. Okay, ich geh mal in unseren anderen Heli. Ja, unser Heli ist auch gleich da unten. Ja toll, mein Pilot ist nicht mit reingesprungen in den Heli. Ja. Abgesprungen. Ups. Okay, wir haben die Beifahrerung gekriegt. Okay. Ja, okay, das ist so teilweise Erfolg. So kleiner. Trilium. Hätte er gerne den Beifahrer behalten, wenn er mit reingejoint ist. Weil ich jetzt hier mit dem Heli rumfliege ohne Schütze. Wenn du mich abholst, aber ich glaub nicht. Naja, die haben einen Anti-Air, die auch Anti-Air schießt. Ja, da hinten irgendwo, ne? Ja, ich bin tot. Ja, was die da machen, das ist schon... Wir hätten jetzt mit dem Heli einfach rüberfliegen müssen. Das wäre einfach das Ziel gewesen. Ja. Da wir jetzt verteidigen, nehme ich das MG4. Wärtslich seiner Stellung scheint die feindliche Flugabwehr zu sein! Ja, einen hab ich gekriegt. so ein kicke ah die bombe wo ist sie? da auf dem dach mg4 3 kills, 4 kills einfach nur reingehalten nach 6 kills ist auch schluss das sind nie alle einfach nur reingehalten ne, die haben wir verloren aber dann passen sie zeitlich obwohl die schaffen das irgendwie nicht einfach ich bin rausgesprungen wurde gerettet? dankeschön oh, 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 ich hab nen Panzer-Dong gekriegt ah, Mist wir könnten das noch schaffen mit dem Jetski komm, schnell oder? ja, komm kommst du mit dem Jetski? ja, schaffst du das? ja, ich komm ins Wasser Moment ah, ne, der ist Viper ah, schade das wäre noch eine Chance gewesen ja, ist schon eigentlich verloren ja, ist schon eigentlich verloren ja, das ist ein Pilot, ne? also, du müsstest mal nen Schütze nicht rausspringen also, du müsstest mal nen Schütze nicht rausspringen ich war ja da, überall über den Bomben die ganze Zeit, aber ich hatte über nen Schütze rausgesprungen vorher ja, oder einfach wegfliegen jetzt auch die haben einfach alles eingenommen aber wir uns auch vercampt haben, ne? auch nicht schreiben ich hab doch die Bombe, sie wurde feiert wieder ich hab die Bombe wieder ich schaffe sie weg die Bombe ist rückgeschickt die Bombe ist rückgeschickt die Bombe ist rückgeschickt die Bombe ist rückgeschickt oh man oh man Bombe ist gleich wieder drinnen na ich will die Viper nicht schwiegen aber das macht sonst keiner, wir brauchen die Viper jetzt unbedingt im Kampf ja ah, ich kann nicht noch abwehren so, kannst du dich abholen? äh kritisch, kritisch ich lauf nach oben ach, schade äh Problem ist, ich kann jetzt hier nicht landen, so wie ich mit dem Panzer, der hier rumfährt und äh ja, im Wasser kann ich landen vielleicht ok keine Nazi-Bombe um Schlüssel rein ja, bin drin na, Wasser ist unter Wasser gekommen leider schade zum Jetski achso, wir haben die Bombe nicht mehr niemand hat die Bombe gerade ey, warum haben wir die Bombe nicht mehr ich hab die Bombe nicht ne, du hast die Bombe nicht gehabt echt nicht, ich dachte aber jetzt aber ab zum Jetski mhm ist er weg ah, ich hab sie komm ach, Mann wir haben alles, äh komm, wir schnappen in den Jetski, der 3 HP hat Panzer erschossen wo ist denn die Bombe da? tauchen, tauchen, tauchen ah ah wir haben überhaupt kein Fahrzeug mehr unser Panther dubbelt da irgendwo rum wir haben nicht voll Jetskis nichts zu spawnen hier und noch ein Sniper auf dem Dach, der voll nützlich zuschaut, wie wir kämpfen auf jeden Fall äh mhm ich hol noch einen Jetski nach unser, unser letztes Fahrzeug ich kann mich jetzt mit der, der Viper jetzt an vorbeigeflogen, äh nicht mit dem großen vorbeifliegen komm schon, komm schon, komm komm ich warte nicht mehr lange, ooooh so, die haben die nein so, 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 so ah, das ist die AEV auch noch, deauh Awww oooooah Besch். Das ist schade. Haben sie alles da. Wir haben halt überhaupt nichts, um es abzuwehren. Naja... Jets, please for the wind. Deswegen spiele ich lieber Pionier. Als Pionier kann ich ja wenigstens eingreifen. Ich kann auf diese blöden Fahrzeuge alle draufschießen. Ich glaube, ich nehme auch RBDG. Sie haben uns in der Fall gelassen. Für sie euch. Aber wir wehren uns. Wir geben noch nicht auf. Dann wollen wir weit vom Wasser. Haben wir einen? Dann machen wir ja Spawnbeaken hier. Dann kommen wir nicht weg. Aber wir haben halt auch einen Haufen nuttes Leute hier rumstehen. Vor allem der eine auf dem Tower, ne? Ja. Obwohl wir haben noch einen Heli. Okay, Attacke. Wenn wir die Bombe haben, dann halt nicht, ne? Ja, wenn wir die Bombe haben, aber wir haben ja alle Anlaufrouten unter Kontrolle mit Campern. Komm, ich habe ein ganzes Team mit meinem Heli drin. Komm, wir den Panzer vor. Bombe liegt. Wir haben verloren. Ja. Heli ist auch da auch keine Chance. Wir haben entschärft. Oh Gott. Oha. Mit End und Schüttelbeeren im Bion. Hehehe. Oh ja, los, los, los. Wir sind mit Jetski. Ja. Nein, ich kann die Tau fahren. Ah, schade. Ah, Mann, ne. Komm nicht los. Toll. Aber wir sind... Auf dem Jetski, auf Wasser. Und schnell. Okay, lad die Bombe rüber. Wir sind bei T. Wir sind bei T. Ja. Okay, wir kommen jetzt da schnell zum Sinn. Jetzt kriegen die nochmal Angst. Mhm. Ja. Ja. Bombe ist schade, dann fahre ich mal in die Mitte mit dem Panzer. Aber es liegt auch nur daran, dass die alle bei uns waren, ne? Ja klar, die sind alle da gespawnt. Ja. Kling jetzt sehr fest. Ah. Gott. Der Heli. Ich kann nicht superieren. Komm, wir leben ja noch. Ja. Ich fahre mal ein bisschen weiter weg, ich bin gerade auf ein Feuer. Komm rein. Die Bombe wurde da entschärft, ne? Ah, schade. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Das waren wahrscheinlich nur zwei Leute hier. Mhm. Swat Tank. Da ist ein Feindkontroll, steht nicht von dir. Wo ist das denn hin? Ähm. Haben wir auch schon rum. Ach, jetzt kommt wieder der Panzer. Alter. Ich rette, ich mach... Ich fang nix, wir fliegen zurück zum Panzer. Ich fang nix, wir fliegen zurück zum Panzer. Das war noch mal spannend. Nix, wenn wir nur ein paar mehr Pioniere hätten, die die Panzer wegmachen. Ich rechse mal meine Waffe zu. Oh, fuck. Ich fang nix, was ich sehe. Da. Ja. Aber immer rein, Sniper. Mutig auf dem Haus, der zuschaut. Ja. Und wir die Bombe verteidigen. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Scharfschiff. Wir könnten jetzt gleich mit dem Heli wegfliegen. Ja. Oder auch nicht. Ja. Ja. Ja, der Panzer hinten ist doch noch da, ne? Haben wir halt nicht dessen Abschiffs. Ja. Wie ist das denn? Wahrscheinlich hast du die G36 auch noch nicht, oder? Nee. Ja, die kannst wegschmeißen. Ich hab mich vorher gefreut, als ich die hatte, aber die ist gar nicht gut. C-Variante. Ah, die Viper ist da. Natürlich fliegt sie keiner. Ah, fliegt nicht halt. Und ich sah wie ein X-Figuer. Shit. Kann ich schießen. Ist besser. Die haben gerade ihre Viper, äh, zu Schrott gefahren. Oder geflogen. Okay. Ja, toll. Aber die kommen wieder zu C. Okay. Ah, komm. Oh, du Schassers. Er wackelt leider zu sehr. Ah. Aber ist auch ziemlich schwer zwischen den ganzen Wolken kratzern. Ja. Das Problem gibt's auch bei Morgendämmerer, so. Bei der... Bei Neonstadt da. Obwohl ich war immer so einen ganzen kleinen Millimeter außerhalb der Reichweite, wo ich draufdrehen konnte. Ja, aber die AK-5D, die ist auch ne Überwaffe, find ich. Die ist ziemlich präzise. Ah. Hm. Hat die Gäste schon hier niemals auseinandergenommen? Kall, unten. Hab einen. Achso. Das bist du gar nicht. Nee. Also ich weiß zwar nicht, wie die aneinander das machen, aber meine ATR killt leider keine Leute. Ja, meine auch nicht. Das Problem kenn ich. Oh mein Gott. Da kann ich ja schon besser fliegen als der. Da ist ein falsicher Panzerjäger. Welche ist deiner Position? Ach nein, jetzt spawnen die ganz vernichten. Ne. Wenn wir die Bombe wegbringen und dann das ganze Team da ist, dann würden wir es uns schaffen, aber... Ne. Das ist hoffnungslos. Kann man vielleicht mal einen Zuschauer erklären? Ihr habt ja gesehen, wie oft ich getroffen habe. Warum der dann so lange noch überlebt hat. Mit was hast du gegen Beschössung? Mit der A. Ich hab, weiß ich, 20 Kugeln in jemanden reingespreu mit der ATR. Ja. Nachdem ich den Hylia gemacht habe. Das kenn ich. Na, kommt auf! Da ist einer! Muss nachladen, ne? Na warte! Die waren mit so vielen da jetzt. Das bringt das jetzt durch. Ah, ein Kill geht noch. Ah, schade. Ja. Aber wenigstens haben wir uns noch, ja, gehalten. Jo, dann danke fürs Zusehen. Gucken wir uns noch schnell die Points an. Und dir danke fürs Mitspielen. Okay. Und noch Level ab. Komm, komm, komm. Ah, fast. Okay. Jo, das war's dann. Und tschüss. Jo, tschüss. Also noch mal wieder, das war jetzt. Vielen Dank.